Ich wollte immer Feuerwehrmann lernen. Süß. Ich wäre ja am liebsten Lehrerin geworden. Ich wollte auch mal so in die Steuerkanzlei gehen. Ich hatte nie so einen richtigen Plan. Ich wollte Fußballprofi werden. Ich mache meine Ausbildung bei einer Volksbank Reifeisenbahn. Die ersten Reaktionen sind meistens so, okay, total öde eben. Also ich wollte eigentlich nie einen Fuß in eine Bank setzen. Ich fand Bankheimer böse. Es ist halt echt cool, dass es so viele verschiedene Aufgaben in der Bank gibt. Ja, jeder Tag ist ein neuer Tag. Jeder Tag bringt neue Kunden mit sich. Also ich glaube, da ist halt für jeden was dabei. Was mir besonders an meiner Ausbildung gefällt, ist einfach die Art, wie man Auszubildende fördert mit Projekten. Wir bekommen viel Verantwortung. Und ich finde einfach, dass wir jeden Tag immer mehr wachsen. Generell ist es für mich wichtig, in meinem Beruf Perspektiven zu haben. Nah am Menschen dran zu sein. Im Team zu arbeiten. Der erste Ansprechpartner zu sein. Und Spaß zu haben. Oh, das hast du schön gesagt. Ganz, ganz wichtig ist, dass man offen ist für Neues. Die Bank braucht Menschen, die den Entwickler und den Umsetzer sind. Leute, die auch mit der Digitalisierung selbst leben. Und das sind halt für mich die jungen Leute. Hat denn jemand noch ein Praktikum bei der Bank gemacht? Ich hätte noch eins gemacht. Ich habe damals auch eins gemacht. Ja. Sonst dann fühle ich mich fest, dass ich es machen möchte. Die haben dich wahrscheinlich genommen, weil du so hübsch bist. Schleimer. Was ist für euch Next? Next ist das Azubi-Netzwerk der Volksbanken und Treiveisenbanken. Auf dem Next-Blog findet man alle möglichen Berichte zum Bankalltag von den Azubis selbst. Sie können sich austauschen. Sie können neue Ideen entwickeln. Wenn du dir noch nicht sicher bist, ob eine Ausbildung wirklich das Richtige ist, dann informiere dich einfach. Mehr Infos findest du auf unseren Social-Media-Kanälen, auf unserem Blog, aber letzten Endes auch auf jeder Webseite der Volksbanken und Treiveisenbanken. Ich möchte euch auf jeden Fall motivieren, das zu machen, wozu ihr wirklich Lust habt. Wenn es eine Ausbildung bei der Bank ist, dann macht es egal, was die anderen sagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017